so guten tag ihr leid raus aus meiner guten mühle ich hab ein bisschen energie getankt mir spiele pacific drive weiter ach gut mein armes kombile aber es hat mich gut heben gebringt so kann man nix sagen so kann er ruhig nur freude hubvolle machen was zur das gerade keine ahnung kommt zuerst gibt mir was zu trinken der gute der gute kombi der hat doch bestimmt durch zuerst gerät im ordentlich was zu glücker hier bitteschön ja gut und der doch geht da ist schon voll okay dann dann passt es soweit so mit dir ja er hat uns gut heimgebrungen bin ich ja gerade froh und das wäre heit gibt's knottelfolch also jetzt schon ein bisschen mehr erwartet hier wie ein bisschen eise ich meine mein auto ist quasi komplett schrott na komplett schrott ist es nicht mein auto ist noch wirklich gut 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 dabei ich will ja gar nicht meckern was gibt es dann hier diesmal reparatur kit ach ja scheiße inventar ist voll okay wir müssen wo ist denn die kicht stelle ich alles dahin da ist sie wir müssen wir müssen ordentlich ausrahmen warte 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 ich gehe erstmal in den schrank und du musst erstmal in denne da und du musst alles loswerden was ich habe so siehst du dann gehen wir mal da neben und machen die aufkleber gedönse die misse glaube ich tunen wenn ich das richtig sie das ist keine aufkleber gedönse das da ist es aufkleber kit zahlen ja lieber hallo zurück so dann habe ich jetzt hier noch so dinge ich weiß gar nicht was ich mit denen machen soll was das da ist welche sitzungsprotokolle der grr teil 1 und dann hätte ich das ganze auch noch teil 5 kann ich die fha klicke vielleicht nicht wirklich was mache ich mit den dinge oder ist noch rufkleber kit zahlen moment die netto hier kommen die tonen ah ja die komm doch hier okay dann war ich wohl falsch so zack so nie war gibt es so eigentlich sowas wie ordnen oder so nicht wirklich ne kann ich desto an ihn machen das ist keine farbe ach mach sache das weiß ich doch ich wollte nur gucken ob es geht so gucke ich alter fall das mir voll hey so pass auf was ist denn das da ohne gasflasche und da hat mir noch ein sitzungsprotokoll nicht das ist ein anomalie studie teil 3 das nehmen wir einmal mit ich weiß aber halt nicht wirklich was ich dort mit machen soll aufkleber swagwagen wagen keine ahnung wir nehmen wir zumindest mal die aufkleber und so nehmen wir alles mit so siehst du und die tun wir dann doch schön inlagere dass ich die schon mal los bin 1 2 du bist keine farbe es ist keine farbe das muss jetzt du hier oder was wie ja was ist das dann aufkleber nur ganz mal die aufkleber weg weg wahnsinnig kaputt hey so haben ich wünsche noch irgendwie was neues nein ich habe nicht so aussieht man doch was neues naja ja 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 ich habe motto aus das zeichnet so der platz reparatur kit konserve gebrauchen neue reparatur geht er das ist so wahnsinnig reparatur gibt es gar nicht gebrauchen mehr mehr was will ich mit dem blöden metallschrott oder das ist gut konserve und jetzt hast du noch was für mich da hat gepackt mehr ist nicht weiter schlimm wie gesagt er hat mir jetzt wirklich viel gibt so ich muss halt gucken was ich mit dem geknuddelt mache ich brauche mit dem größeren schränk so was ist denn desto ja hopp ähm titul lassen wir mal hier genauso wie fackle nehmen wir mal mit das schlampe ist eigentlich recht cool die behalten wir das lassen wir alles hier drin das mal aufkleber noch zum anlegen in verschönerungsmaschine platzieren habe ich doch ja ich wollte nicht wirklich alle weil er nämlich hässlich wie die nacht ist ach das ist kein farb ja aber aufkleber ist es nicht ich will hier hat ich gucke mal das sind glaube ich aufkleber gell installieren slot räumen was ist dann der swag wagon hier nicht das ist doch kacke hier breitfleck ach so wahrscheinlich ja dann lege ich halt in die schanken hin so ist es jetzt halt nicht so zack gut ist ich weiß halt immer noch nicht was das so ist also was erwacht mir geht es mal ob man die irgendwie nehmen kann oder so teil 3 fackel teil 1 mache ich doch damit neu ordnen logbuch ansehen aha ok sitzungsprotokoll der gerr teil eins sitzungsprotokoll vom 16 september 1949 tagesordnung festlichkeit zur gründung der ger rede durch dr ophelia turner mit dem titel wie unsere zukunft aussehen wird offenes brainstorming zu versuchsaufbauten mit beratung durch dr ophelia turner neue anliegen und bedenken ich kann schon wieder nicht nur ohne scrollen erarbeitung angemessener verfahren für experimente mit lim technologie hinsichtlich handhabung schutz und sicherheit so ich kann schon wieder nicht nur ohne scrollen es ist wahnsinn ob das ist aber diesmal diesmal ist das nämlich nicht so schlimm ich trinke jetzt nur ganz kurz pause beziehungsweise aber so macht mir schaffe lieber noch ein bisserl was ich tue es einfach neu statte weil das letzte mal habe ich das a gemacht das letzte mal haben wir das so a so gemacht hat und desto können wir dann dolo so welche das brauchen wir nicht so lange mal desto haben aber desto ist kleiner ja moment wie war da noch mal der unterschied sagen wir hier verbindet dieses einweg gerät mit der leeren autobatterie in gendeckung gibt 30er ladung und das do macht 1,2 pro sekunden also in 30 sekunden wäre ich genauso viel nee dann lassen wir lieber das do hier und lassen unser das ende do lassen wir do aber was mal atomen lassen beziehungsweise mitnehmen in dem fall ist so wenn das machen wir noch ein bisschen hübscher so dann haben wir das hier leer ja ja durchsuchen den müllcontainer dass das immer durchsteht ist doch quatsch zack ja so will dann zu dem thema ihr leid mir brauche größere schränke ist halt einfach so ich gehe mal oder war das der kleine ne war der da haben wir nur noch platzfall schräubchen ja guck vielleicht auch noch ein paar fakten aber jetzt habe ich neun und drei kann ich die du jetzt nicht einfach nehmen ja gut habe ich zwölf so ja so ihr leid ich tricke jetzt mal kurz pause davon kriegen hier gar nichts mit und dann sie wir uns gleich wieder bis nachher pause so pause vorbei ich hoffe dass das geklappt hat und ich jetzt gerade keine scheiße gebaut habe also wir waren dabei im logbuch des des reisen über highways komm machen wir einfach mal highways sind abkürzungen dies die erlauben knotenpunkte zu umfahren und schneller an deinem zielort anzukommen das fahren auf highways ist einfach und birgt weniger gefahren hätte ich gehen ja stürme im sturm selbst hältst du nicht lange durch also lass dich keinesfalls von ihm erwischen ja haben wir gemerkt letztes mal schau auf der karte auf dem beifahrersitz nach wo sich das portal befindet an dessen ende die sichere werkstatt auf dich wartet unbeeil dich haben wir vorgehabt hat nicht so gut geklappt so jetzt gucken wir mal ob man jetzt das scrollen kennen sitzungsprotokolle da waren wir ja das ist gut also wir fangen noch mal um vorne an ne ne machen wir nicht neue anliegen und bedenken erarbeitung angemessener verfahren für experimente mit lim technologie hinsichtlich handelhabung schutz und sicherheit aktionspunkte die mitglieder der gesellschaft haben sich darauf geeinigt sich einmal monatlich an einem freitagabend zu treffen dr reginald stanley robinson führt protokoll und erarbeitet eine protokoll ein protokollformat für zukünftige sitzungen sonstiges tea cake verkostung mit freundlicher unterstützung durch gastprofessor anthony gold frs ok und jedes sachen so habe ich habe ich das jetzt aus meinem menühaus ne eben nicht was soll ich mit deren scheiße du anfangen welche ich weiß halt nicht logbuch ansehen ok anomalie studio teil 3 diese anomalie wurde zwischen herbst 59 und früher 61 wiederholt und oft gesichtet sie schien von allen sendemasten angezogen zu werden die auf bestimmten kurzwillen bändern sendeten sie war ungefähr so groß wie ein vogel mehr oder weniger kugelförmig und konnte fliegen wobei wir nicht wissen wie sie krallte sich an den antennen der sendemasten fest und begann deren metall zu ersetzen möglicherweise zu konsumieren die anomalie erwies sich als sehr störrig und schwer zu verjagen nachdem das personal im sperrgebiet damit begann auf anderen frequenzen zu senden verschwand sie hier theorien was das theorien teil 5 im sperrgebiet fliegen nachts diese dinge umher ich weiß genau dass es roboter eulen sind und genau wie gewöhnliche eulen machen sie sich über alle machen sie sich alle über uns lustig was die regierung hat die riesigen mauern gebaut weil die eulen auf eine art infraschall ausstrahlen eine frequenz die so niedrig ist dass man sie nicht hört die aber das unterbewusstsein beeinflusst die eulen machen sich über einen lustig und man fühlt sich plötzlich niedergeschlagen und denkt man hätte härter an seinem traum arbeiten sollen ein professioneller baseballspieler zu werden oder man hätte die hübschen aber unbequemen schwur doch nicht kaufen sollen die mauern blockieren diese signale nur hat das ganze auch eine schattenseite denn die mauern absorbieren jetzt all die schlechten vibes und sind mittlerweile selbst furchtbar traurig nur zu frag sie ruhig spinnst du oder was ich guck mal lieber bisschen werkzeuge an signalpistole mit diesem gerät riskierst du nicht den arm das haben wir schon gesehen gibt es noch was noch was signalpistolisches irgendwas gibt es noch autowartung das plasma ladegerät ja das ding haben wir benutzt vieh treiber ja okay hier haben irgendwas neues entdeckt funkenflug die funken türmen die in diesem teil des sperrgebiets sind überladen dadurch noch gefährlicher danke schockierter tourist ja 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 das war das elektroseilhubser ja 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 ich kann euch sagen das war atomunbekannt weißt du was das leben hier hier im sperrgebiet wird immer beschissener jeden tag wenn ich mein haus verlasse denke ich mir ich sollte mir einen anderen job suchen mich vielleicht umschulen lassen gar nicht so schlechte idee aber über lena ich gut verpassen habe ich umschulen lassen es wird immer schlimmer ich könnte schwören dass diese dinge wie aus dem nichts entstehen jetzt gibt es da auf einmal dieses ding mit der kettenreaktion diese diese brutale tödliche falle die menschen brutal abschlachtet eine ganze reihe dieser dummies und jeder von ihnen kann den rest zünden wir haben in drei tagen sieben leute verloren weißt du wie es sich anfühlt als ob das sperrgebiet uns ausrotten will als ob es ihm spaß macht es ist als ob irgendetwas für immer von hier uns vertreiben will sorry ich habe wieder wetter verschluckt und weißt du was ich habe kein problem damit morgen früh verschwindet von hier hier links rechts das foto ist sehr nichtssagend ja so ja wir haben komplett die kontrolle verloren wir sind von der straße abgekommen in ein besetztes haus geknallt sechs so ja es war als hätte etwas die kontrolle über den truck übernommen alles durcheinander gebracht und uns wie ein spielzeugauto umherrasen lassen nein nur jackson hat sich wahrscheinlich das handgelenk gebrochen allen anderen geht es gut nur die hausbesitzer sehen etwas verängstigt aus sorry nun ja es ist so wir glauben dass sie nicht von hier sind ihre kleidung ist merkwürdig sie tragen hüte und flanell händen kanadier aber naja ich dachte kanada wäre nördlich von seattle victoria wer ist das denn verstehe gut wir brauchen nur einen dolmetscher dann können wir die sache bestimmt schnell aus der welt schaffen von uns spricht doch niemand französisch so ja aber ich dachte kanadier sprechen französisch miller ist mal mit einer kanadierin ausgegangen und die sprach französisch okay verstehe gut ich werde es versuchen hallo da drin alles in ordnung versteht ihr mich wir kommen in frieden wir amerikaner ihr kanadier freunde so sie sehen wütend aus stachelpfütze teil eins eines memos bataillons hauptquartier 21 februar 64 einsatzbericht von neil douglas bei der verfolgung von zwei eindringlingen wurden heute drei fahrzeuge der b kompanie beschädigten außer gefecht gesetzt dies geschah durch eventuell mutwillig platzierte fallen bei den eindringlingen die über die salische salische see von kanada aus ins sperrgebiet gelangt sind handelt es sich vielleicht um entflohene kriminelle waren das vielleicht die wo sich dann in dem haus eingesetzt haben wir glauben dass sie irgendwo in der nähe von choice mit einem kleinen boot gelang gelandet sind nach mehreren sichtungen und langwieriger spurensuche trafen wir um 11 uhr auf die eindringlinge wonach es zu einer motorisierten verfolgungssack kam die über mehrere feuerwehr zufahrtswege führte ich muss auch mal luft hole hier ich lässchen wieder so schnell die eindringlingen fuhren ein gestohlenes regierungsfahrzeug und haben sich einer festsetzung mehrfach entziehen können schließlich gelang es ihnen eine weitere verfolgung zu unterbinden indem sie unser team über stellen führten die mit semi organischen öl ähnlichen stacheln unbekannter art bewachsen waren alle drei autos erlitten reifenpannen die räder selbst wurden ebenfalls beschädigt aktuell ist noch unglaub diese fallen als reaktion auf unsere verfolgung gelegt wurden oder ob sie bereits vorher existierten diese stacheln sind extrem gefährlich und mit nichts vergleichbar was wir bisher gesehen haben ich empfehle für weitere nachforschung und kettenfahrzeuge aus ford lose anzufordern so viel zu diesem thema was reichen du eigentlich mit mir rum hopp lass falle so ihr leute also ah ja zu allererst will ich nur an die post gehen so nix drin und du nix drin ich hab ja in enz ich glaube kaputtes brecheiserin gemacht im level selbst und jetzt habe ich gedenkt dass das vielleicht bei uns doch auch kommt welcher aber irgendwie naja so was haben wir hier ohne noch theorien teil fünf anomalien machen sich über uns lustig habe ich gelesen das auch gelesen das reparatur geht anomalie studien teil 3 lesen wir mal sende masten eier ok ja anomalie studien diese fackel sitzungsprotokoll das war teil 1 genau und das war theorien teil 5 ja es waren die eule ok zu allererst monat haben wir letztens festgestellt dass man auto mag hat und zwar und zwar einfach weil man es kenne und zwar folgende macke pass auf batterie auto tür hinten tür vorne motorhaube motorhaube wird geöffnet also es wird geöffnet wenn wenn der rückwärtsgang wenn 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 der rückwärtsgang in gelegt wird wer die motorhaube geöffnet ich weiß nicht wie das funktioniert tür hinten links tür hinten rechts gibt es doch irgendwo scheinwerfer innenlichtradio ein geliebiger reifen koffer auf scheibenwischer hinne links hinne rechts amaturenbrett ok ich muss doch zurück schalthebel schaltet sich ein oder aus ist ein dauerbetrieb wechsel in dauerbetrieb ist ein parkstellung wechsel junge was war das gerade frage knalle hier ne ne also also die motorhaube geht uff wann du den rückwärtsgang rinnen machst und sie geht aber wieder zu wann du den vorwärtsgang rinnen machst wie 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 sah ich dann denn das hm ne das ist was ganz was anderes tourenbrett beliebige autotür radio lenkrad beliebige reifen kofferraum scheibenwischer ne ne es ist die motorhaube und die wird geöffnet kann ich da jetzt schon sowas noch machen keine lösung verfügbar ich weiß halt nicht wie das funktioniert hoppala wie das funktioniert noch im motorhaube motorhaube wird geöffnet und und dann wird sie wieder geschlossen aber ich würde ihm halt gern sah schalthebel schaltet sich ein oder aus beim rückwärtsgang welche äh und die motorhaube moment moment die motorhaube öffnet sich was obacht dann machen wir das einfach so schalthebel oder auto fährt also wenn man nach wenn man nach rückwärts fährt für vorne hinten auto schaltet sich ein bewegt sich schnell bewegt sich langsam bewegt auto bewegt sich rückwärts und die motorhaube öffnet sich sichte das ist so meine idee ne das probieren wir jetzt halt also auto bewegt sich rückwärts und die motorhaube öffnet sich diagnose speichern ich will es nicht speichern ich will ah cool korrekte korrekte diagnose rateversuch zurück erhalten ok danke und jetzt lösung mit rechtem trigger keine lösung verfügbar hahaha ah da da oben zur beseitigung der macke brauchst du ein update kit ok kann man das so weg machen auswählen materialien fehlen ok hey hey wann das wann das wann ich wann ich zum zu meinem autobauer gehe Mackenmaschine Macken ausbessern nutzen Reparatur um Macken zu beheben also ich muss jetzt erst so ein update kit äh aber was war update kit soll ich denn was macht dann das update kit kann man das mal jemand erklären wir probieren das jetzt halt aus komm so die lösung das da auto bewegt sich rückwärts motorhaube öffnet sich ich brauche ein update kit so dann wähle ich das aus Macken beheben ja wow cool auto bewegt sich rückwärts motorhaube öffnet sich behoben voll cool ok das da ist noch ein bisschen ich würde das doch gerne weg machen weil das war halt quatschig ok dann haben wir die Macken behoben dann haben wir das jetzt amus gelernt wie das funktioniert sehr schön ähm als nächstes machen wir uiuiui alter fall unser armes auto da hilft halt AK reparieren ich glaube da ist halt der fällt auch komplett ja hopp aber bevor man jetzt hat komm lass er Ruhe geben gehe ich nochmal zum Müllcontainer hat er mal wieder was geben oh geil oh geil was ist das für Platte ja primitiven primitiven Tür primitiven Platte oh das kann ich gebrauchen ja 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 ich weiß ich weiß wo hab ich denn da so wenn du mal klein hin machen wenn wir schon mal hier sind wenn wir schon mal freundlicherweise geschenkt haben vorne links kennt man die das ist aber halt alles primitive Autotür grundsätzlich funktioniert also primitive Sache funktioniert ja grundsätzlich Satio kennt ja was aber ähm da sind wir weit weit drüber weg von deiner primitiven Dinger da kann ich mal vergessen komm mit wir schnappen uns jetzt die Sache da lagern sie da in das ist eigentlich jetzt zu viel was soll denn das da jetzt eigentlich warum hat der mir jetzt keine Sache gib ach die Sache die man aus dem aus dem dumpster holt die grieche die grieche nicht kann ich nicht verwerten oder was na das ist ja doof das finde ich jetzt aber wirklich doof weil ist doch scheißegal oder ja dann tun wir sie halt einfach kaputt machen dann haben wir es halt wenigstens nicht rum fliehen so fertig naja hopp wir brauchen größere Schränke ey warte mal ist das nicht noch ein Schrank aha ah Junge ja oh ja da war auch noch scheiß drin aber ich brauche trotzdem größere Schenke was ist denn das mit den scheiß Protokoll Dinger das nervt mich so jetzt basuf wir tun jetzt so wieder bisschen was neigeres bau ausrüstungsmaschine äh ich weiß halt nicht genau was das ist äh größerer spinnt größerer spinnt größerer spinnt pneumatischer spinnt unterirdischer stauraum auch nicht schlecht materiere regenerator äh okay was ist denn das hast du hm und du kannst du dann so einer scheißdreck machen aber ich will erst mal gucken was man schon noch mache keine prüfmodul update der mackenmaschine gibt feedback zur korrektheit deiner diagnosen aha so und das ist ihr knotepunkt restabilisator mit diesem gerät kannst du modifiziertes scannersignal an einen knotepunkt aussehen und diesen damit verändern das kann eigentlich recht geil sind und hilft somit knotenpunkte entlang der high bis zu empfahren also ich glaube ich brauche erst mal verbessert die antenne was kostet das 1,5 das ist ja voll daher wir gucken erst mal weiter was es noch so gibt ah ja da wollen wir carbon glasfaser gegen hitze und chemikalien und das hier sollen wir wirklich leiterplatte bauen auch 0,4 bauen wir hopp ups sorry falscher knopp das ist 0,4 das nehmen wir einfach so mit zack aha aha sehr gut sehr gut sehr gut das können wir leiterplatte bauen ich weiß noch nicht genau wo was was brauchen können aber das sind so die 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 kleine dinge die kosten nicht viel sag ich mal die machen wir einfach machen wir ein bisschen was übrig so da wird es interessant schweißbrenner mit dem kann ich was machen der kleinere dillen und kleinere schäden an metalleinheiten repariert werden können das ist ja genau das was ich such dann brauche ich nämlich kein reparatur kit mehr bauen sondern kann man so blöder schweißbrenner bauen was brauchen der weiß ich nicht erforderliche materialien nur stofffetze dann bauen wir natürlich stände das ist ganz klar fehler materialien fehlen was für materialien fehlen wieder einfache werkbank und eine scanner antenne ich brauche labile energie so was habe ich nicht ich habe stabile energie ersatz glühbirne kit was macht der keine ahnung und daraus kann ich dann das bauen mess und analyse werkzeug diagnose und reparatur der meisten elektronik probleme hier haben wir dann einen staubsauger bauen da hätte ich eigentlich A bock drauf staubsauger kann ich immer gebrauche plasma verschrotter mhm okay was ist das da ohne mit befreier befreier es war kein präzisionsschneide werkzeug mit seinen kleinen sprengladungen so was ist es so enner hammer hätte man den dabei gehabt hätte hätte fahrrad kette äh was brauche ich beschädigte energie hätte man den dabei gehabt äh hätte ich die diese gepanzerte dinge abmachen können das wäre eigentlich schon recht geil gewesen ich würde mal sagen was kostet der äh klim naja wir gucken mal weiter ihr wisst immer weiter gucken primitiver scheinwerfer normaler scheinwerfer 0,5 das ist nicht viel machen wir seitliche scheinwerfer sind wir erst mal egal die haben wir schon kriegt aber grundsätzlich ich wäre für scheinwerfer auf jeden scheinwerfer auf jeden fall baue weil gute scheinwerfer kann ja mal nicht schlecht sind so siehste zack was hat er mit dem gemacht weiß ich nicht was hat er mit dem gemacht so und jetzt kann ich baue verstärkter scheinwerfer sagen wir was brauchen der 0,015 kilowatt die sekunde und der braucht genauso viel der braucht auch genauso viel aber verstärkt ja geil und das ist ein abgeschirmter scheinwerfer Schutz vor elektrisch gedönst und der da ist bio scheinwerfer verschmelzung limbtechnologie also ja ok brauche ich beschädigte energie ich kann mal denne baue zustand 60 schutz vor elektro gedönst ich habe halt noch die komisch beschädigte energie noch nicht also denne habe ich gebaut brauche ich nämlich baue zustand von 50 aber wie alles andere was brauche ich doch fortschrittliche werkbank haben wir die noch nicht braucht man eine fortschrittliche werkbank die macht man doch wieder gleich na das war falsch auch keine ahnung irgendwie konnte ich ah so fortschrittliche werkbank wo könnte das sind so fortschrittliche werkbank ja ja ok da brauche ich auf alle fälle das und das ist was materie regenerator aber eigentlich habe ich schon gesagt ich will das da hin haben ja das ist alles so sag mal hier 1,5 ich glaube es hackt bin ich ein grad adu das braucht 0,3 guck mal das baume das ist nicht weiter aber ich brauche sechs chemikalie und mit die chemikalie kann ich das Leiterplatte die kriege ich noch hin das da brauche auch Leiterplatte das da ist einfach nur Rucksack der kostet nicht so viel kommt der baume an uns einfach aber ich könnte aber ein größerer spinnen wir wollen weiter gucken ich bin schon wieder voll beim ablenken doch guck äh Platte mit Bleischicht gepanzerte Stoßstange abgeschirmte achso Zustand 60 die wir im Moment haben 50 wir haben 60 plus Strahlung und dann hätte ich auch ne das kann ich noch nicht bauen das kann ich bauen was ist das abgeschirmte Stoßstange achso das gehört zur Dämmung das ist alles abgeschirmt Platte mit Bleischicht Zustand 60 Schutz vor Strahlung Schutz vor Elektrisch okay Tür ja dann weiter gucken Reife lassen wir erstmal haben wir ja schon gleich gesagt was ist das Erweiterungsmodule zusätzlicher Ausrüstungsgegenstand seitlich am Auto das wird's werden geleitet so brauchen wir gar nicht lang zu retten ja komm und wann's und wann's halt einfach wirklich nur ist damit ich irgendein großes Gerät irgendwo dran bauen kann so wo dran genau kommt dann das hallo wo kommt denn das hin finde einen weg hinein nee ich hab gedacht das kommt doch irgendwie aufs Auto kommst vielleicht oben drauf hmm oben drauf seitliches Gestell was mach ich Dings haben weil du steigst schon aus ne komm mal da hin so und jetzt kann ich da was machen keine Ahnung nix hm oder warte mal ich guck kann ich da jetzt irgendwie ich hab gemerkt du hast ja da jetzt mehr Stauraum hab ich jetzt mehr Stauraum da ich weiß es gar nicht jetzt hab ich mal so Ding gebaut ich weiß gar nicht ob es funktioniert auch nicht schlecht ok weiter geht's ihr leid ey sag bauen wir noch wir haben ja noch ein bisschen wir haben ja noch 2,4 klimmerl da sind wir super oder was so seitliches Gestell zusätzlicher Ausrüstungsgegenstand und dann kann ich hier noch Erweiterungsmodul dran bauen und noch rennts und noch rennts sozusagen Sitzgestell wenn jemand hinten sitzt kann man dort auch gleich etwas anbringen also irgendwie du kannst ein ganzes Auto und Dachgepäck drehen wir dann auch seitlicher Stauraum scheiße das habe ich gesucht 0,5 ist nicht viel warum also alles im Kofferraum verstanden diese Seitentasche äh Satteltasche ist Spritzwasser geschützt ja 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 das wäre wahrscheinlich A wäre was haben wir hier noch großer Benzinkanister ich habe aber gehört dass der große Benzinkanister nicht mehr ins Auto passt also nehme in die in die Halterung da erst mal weiter gucken Stadthilfe Blitzerbleiter Blastmaladegerät sowas haben wir gefunden Blitzerbleiter jetzt kannst du indem du die elektrische Energie von Blitzen einfängst mit der ich meine Batterie einladen kann also das mache ich einfach fertig und hau mal aufs Dach oder wie Miniturbine Windenergie keine Ahnung was für Platte Solarzelle Platte damit kann ich eher was Bio Bleibatterie ne Bleisäure das geht ab Hochleistungsbatterie Dachbatterie Ankerenergie und Wandler direkt mit Ankerenergie aufladen was die Reserven deines Autos okay ja Hydrogenerator in diesem Gerät wird nicht einfach nur Energie aus Regentropfen gewonnen sondern auch aus den Säuren und Schwermetallen die mit unterm Regenwasser durch Becken wird das ist eigentlich geil kann ich meine Autobatterie mit aufladen während es rähnt und es rähnt fast immer und wenn ich dann noch ein Solarzell Ding nicht mache also wenn es sonnig ist weil rähnen tut es sau oft das wäre eigentlich schon recht praktisch dann muss ich aber erst das da bauen und das kostet 0,5 bauen wir einfach hopp scheiß drauf wir bauen jetzt das andere Ding nicht ich tue jetzt erst mal nur so so nur so grundsätzlich erst mal zeige ich in Kauf und so sorry wir haben heute nicht viel fertig geredet ich wollte eigentlich reparieren dann haben wir heute halt ja vor allen Dingen uns mit der Mackemaschine ein bisschen beschäftigt und dann machen wir neue weiter dann haben wir viel im Skill Tree freigeschaltet dann machen wir meine ihre weiter ich sage dann schon mut tschüss das stelle ich tschüss tschüh tschüss Untertitelung des ZDF, 2020